Der Weltdachverband der Donausschwaben hat aufgrund der Pandemie das Informationsblatt Donausschwaben weltweit zusammengestellt. Jetzt ist die zweite Ausgabe des Informationsblattes erschienen. Falls Sie das Informationsblatt erhalten möchten, so können Sie dies durch eine E-Mail an versand.donausschwaben-weltweit.org beantragen. Des Weiteren finden Sie auch auf der Facebook-Seite und dem YouTube-Kanal Donausschwaben weltweit aktuelle Informationen, Bilder und Videos. Der Weltdachverband der Donausschwaben freut sich über Ihre Nachrichten auf den Webseiten.